Wann hast du das letzte Mal etwas getan, von dem du so richtig überzeugt warst? Ich bin überzeugt davon, dass alle Kinder die gleichen Chancen verdient haben. Als Tochter einer alleinerziehenden Mutter wünsche ich mir, dass Kindern unabhängig von ihren Eltern alle Türen offen stehen. Ich bin überzeugt davon, dass wir einen konsequenten Klimaschutz brauchen. Wir müssen dem Klimawandel entschieden entgegenwirken, aber das darf nicht zulasten der Schwächsten der Gesellschaft gehen. Deswegen müssen wir Klimaschutz sozial gerecht gestalten. Ich bin überzeugt davon, dass wir die Klimawandel entschieden entgegenwirken. für die Herausforderungen unserer Zeit, wie den Klimawandel, aber auch Flucht und Migration nur global lösen. Dafür braucht es eine gute internationale Zusammenarbeit – für Europa, aber auch der ganzen Welt. Mein Name ist Jana Abdi und ich möchte für Köln in den Deutschen Bundestag. Wann hast du das letzte Mal etwas getan, von dem du so richtig überzeugt warst? Planung dem Das ist ein gutes Bild. Planung dem